Ich muss Ihnen etwas gestehen. Ich bin im Moment so richtig aufgekratzt. Das kommt nicht oft vor. Aber nachdem ich mich jetzt intensiv mit dem Thema Vereinsgründung beschäftigt habe, bin ich hellauf begeistert. Deswegen lege ich Ihnen jetzt etwas ans Herz, das Sie unbedingt ausprobieren müssen. Gründen Sie Ihren eigenen Verein. Denn hinter der Fassade eines gemeinnützigen Vereins können Sie lukrative Geschäfte abwickeln. Und das nicht nur legal, sondern auch steuerfrei. Mehr noch, Sie können Ihr gesamtes Vermögen in Ihrem Verein überführen. Gläubiger Gerichtsvollzieher und andere Geldjäger haben es dann extrem schwer, auch nur in die Nähe Ihres Hab und Gutes zu kommen. Sorgen diese fantastischen Aussichten auch bei Ihnen für helle Aufregung? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Profit.TV. Lernen Sie alles über die höchst profitable Art der gekonnten Vereinsgründung. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunline.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher. U es wurde gelastet ihr. Ich habe schon